Herzlich willkommen zum Lernvideo über LMS.at. Durch dieses Video begleitet Sie Elvira Mihaliz-Hanbauer, Mitarbeiterin im LMS-Team Burgenland. In den nächsten Minuten erfahren Sie Wissenswertes rund um LMS.at, die Lernplattform, die österreichweit zum Einsatz kommt und über die Grundfunktionalitäten im Bereich der Organisation und Evaluation des Unterrichts. Die Vielfalt der Anwendungen ist bei diesem Lerninformationssystem sehr groß, wie man hier erkennen kann. Es reicht von der direkten Unterstützung im Unterricht durch die Bibliothek, durch Aufgaben, durch die Leistungsdokumentation und die Kompetenzen bis hin über Funktionalitäten rund um die Kommunikation zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern bis hin zu aktuellen Einbindungen von Office 365 oder Digi4School. Abgerundet werden diese vielfältigen Anwendungen durch verschiedene Einstellmöglichkeiten im Bereich der Administration, der Klassenverwaltung, aber auch im Bereich der Gestaltung von Portalen. Alle Module des Systems können wie Bausteine zusammengefügt werden oder auch nur einzelne Module genutzt werden. LMS ist als Gesamtkonzept in den Schulen gut verankert. Es ist eine E-Learning-Plattform für alle Schultypen ab der Sekundarstufe 1. Ein durchdachtes Schulungskonzept und Kooperationen mit diversen Bildungsinstitutionen wie zum Beispiel die pädagogischen Hochschulen ermöglichen eine umfassende Fort- und Weiterbildung aller interessierten Pädagoginnen und Pädagogen. Abgerundet wird dieses Schulungskonzept durch eine professionelle Betreuung und Support vor Ort oder im virtuellen Raum. Eine stabile Hardware und auch die entsprechende Sicherung aller Daten machen LMS AD 24-7 verfügbar. Das System wird im Bundesrechenzentrum gehostet und erfüllt damit auch die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung, die in den letzten Monaten an großer Bedeutung gewonnen hat. Laufende Erweiterungen für den schulischen Einsatz sowie ein großer Pool an kostenlos verfügbaren Unterrichtsmaterialien machen LMS AT zu einer Lernplattform, die sich im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichts großer Beliebtheit erfreut. Gehen wir nun in Medias Res und sehen wir uns die Praxis auf der Lernplattform an. Sofort nach dem Einlocken in LMS AT über eine gesicherte Verbindung stehen Ihnen alle Anwendungen sowie auch Ihre eigene Portalseite zur Verfügung. Jeder User kann seine Portalseite nach seinen eigenen Bedürfnissen gestalten, was wesentlich zur Organisation und zur Selbstorganisation beiträgt. Außerdem verfügt jeder User über eine eigene Bibliothek mit einem Speicherbereich ähnlich ähnlich einem Cloudspeicher. In dieser Bibliothek können Materialien entweder in einer chronologischen Struktur, hier zum Beispiel nach Jahrgängen oder Klassen, oder aber in einer thematischen Struktur wie etwa nach Themen und Bereichen bzw. Lehrplaninhalten abgelegt werden. Über die eigene Bibliothek ist es sehr gut möglich, auch auf alle anderen verfügbaren Bibliotheken, bei denen man Mitglied der Community ist, zuzugreifen. So kann ich hier zum Beispiel auf die verfügbaren Bibliotheken in den Fachbereichen von LMS for Teachers zugreifen. Es handelt sich dabei um ein Informationsportal, in dem Unterrichtsmaterialien und Schulungsunterlagen für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt werden. Diese können nun mit Verknüpfen ganz einfach in den eigenen Kurs übernommen werden. Diese Vorgehensweise erleichtert einerseits die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, die vielleicht in vergangenen Perioden verwendet wurden und auch in diesem Schuljahr den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden sollen. Wenn wir von der Bibliothek als dem Zentrum des Lernens und Lehrens und damit als einem wichtigen Instrument zur Organisation des Unterrichts sprechen, ist es natürlich naheliegend, dass der Wunsch besteht, auch Materialien selbst auf diese Plattform zu stellen. Dies kann, wie ich hier zeige, über eine chronologische Struktur, ich bin hier im ersten Jahrgang, erfolgen. Das Hochladen von Materialien ist relativ einfach und man sieht hier auch sehr gut, dass natürlich neben den herkömmlichen Dateiformaten wie Word, Excel, PowerPoint und ähnliche, auch sehr viele LMS-interne Materialien, aber auch die Einbindung von externen Lerninhalten, wie zum Beispiel Learning Quizzes, Kahoot, Quizlet, Learning Apps auf jeden Fall möglich ist. Das Hochladen der Materialien erfolgt mittels Drag & Drop. Ich habe hier Materialien vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam hochladen. Sie sehen, es funktioniert eigentlich relativ rasch und reibungslos, abhängig von der Dateigröße. Widmen wir uns nun einer Anwendung, die mit der Bibliothek sehr eng zusammenarbeitet. Aufgaben werden für die Unterrichtssteuerung und Unterrichtsevaluation verwendet. Nach dem Baukastenprinzip können jederzeit weitere Anwendungen in einen Kurs aufgenommen werden. Ich füge hier die Anwendung Aufgaben hinzu. Über diese Anwendung Aufgaben ist es dem Lehrer bzw. der Lehrerin möglich, die Unterrichtssteuerung vorzunehmen. Aufgaben sind Arbeitsanweisungen, die an eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern in einer Klasse verteilt werden können. Dabei ist es möglich, auch auf vorhandene Aufgaben in anderen Kursen bzw. Communities zuzugreifen oder auch aus archivierten Kursen zu holen. Die Erstellung einer Aufgabe bedarf keiner besonderen Herausforderung. Mit Neu können Aufgaben angelegt und auch bearbeitet werden. Bei dieser vorhandenen Aufgabe sehen wir, dass sie eine Freischaltung mit Datum hat. Die Arbeitsanweisung wurde hier in das Textfeld eingegeben und gleichzeitig wurden auch Punkte vergeben. Für die kooperative Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern ist es auch möglich, eine Einsicht in die Aufgaben anderer Schüler freizuschalten. Außerdem können bei den Aufgabenstellungen Angaben, die entweder separat hochgeladen oder aus der Bibliothek entnommen werden, beigelegt werden. Ein großer Vorteil ist die Beurteilung mit sogenannten Beurteilungskriterien, die bereits im Vorfeld der Aufgabe definiert werden. So ist es für die Schülerinnen und Schüler jederzeit möglich, die geforderten Beurteilungsmaßstäbe zu kennen und sich danach zu richten. Nicht zuletzt können Aufgaben auch mit Musterlösungen versehen werden, die nach dem Beenden der Aufgabe allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Sie stellen sich jetzt sicherlich die Frage, wie die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort zu dieser Expertise gelangen können, wie LMS.at für die Organisation des Unterrichts am besten eingesetzt werden kann. Sie haben bereits einen Einblick in unser Informationsportal LMS for Teachers erhalten. Auch dort sind alle Unterlagen in der Bibliothek als dem Zentrum des Lernens und Lehrens strukturiert und können so optimal aufgefunden und für die eigenen Bedürfnisse eingesetzt werden. Nach dieser kurzen Einführung zu LMS.at, in der ich Ihnen wirklich nur die Grundfunktionalitäten zeigen konnte, darf ich Sie einladen, auch unsere Infomaterialien, unsere Schulungsangebote und unsere individuellen Hilfestellungen gerne in Anspruch zu nehmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und sind gerne für Sie da.